Hi Leute, was geht? Ich bin Kress und mir dabei ist so niemand. Ich wollte euch sagen, guckt auch sehr gerne mal auf meiner Webseite vorbei. kressstein.vixita.com-kressstein Der Link dazu ist auch in dem Video beschrieben. Ja, das wollte ich sagen. Guck, hier gibt es einen Start. Hier gibt es alles, was ihr haben wollt. Also log ein müsst ihr nicht machen. Und hier bei diesem Let's Chat, wenn ihr hier zum Beispiel Hallo schreibt und dann absendet, das finde ich hier, das müsst ihr nicht machen. Das habe ich nur noch nicht verändert. Also da müsst ihr nicht machen. Ihr könnt mir trotzdem schreiben. Ihr könnt immer noch weiter Hallo schreiben. Und ich kriege das trotzdem. Ihr müsst euch hier nicht anmelden. Ja, das wollte ich sagen. Also hier die Bilder werden auch noch mal verändert. Ihr könnt hier zum Shop gehen. Da sind noch keine Angebote drin. Der Blog, da erhaltet ihr immer die neuesten Informationen über meinen YouTube-Kanal. Wenn ihr es hier Neues habt. Unsere Webseite ist da. Mit Minecraft-Server kressstein.play-mc.de ist da. Ja, der Link zu meinem Minecraft-Server ist auch in der Videobeschreibung. Also falls ihr darauf joinen wollt. Ich finde ihn jetzt toll hier. Das ist mein Minecraft-Server. Was ich blau markiert habe. Ähm, Entschuldigung. Nicht das. Ah, mein Gott. Hier, das hier ist mein Minecraft-Server. Nein. Das hier. Ja, könnt ihr auch drauf. Ist für alle öffentlich. Das wollte ich sagen. Und sonst, wie gefällt euch meine Webseite? Hier dieses Login müsst ihr auch nicht machen. Solange es auch keinen Shop gibt. Ja. Und hier drauf wird es auch niemals einen Shop geben. Das kann ich euch schon sagen. Ich mache es per so einer anderen Webseite. Und dann einen Shop. Die heißt dann für Teespring. Alter, Tier. Na, egal. Auf jeden Fall. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und wenn ihr euch auch gerne im Kanal habt. Dann würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.